Das ist unser neues Kochfeld, KMD7774FL. Es handelt sich dabei um ein Kochfeld, das eine Dunsthaube mit integriert hat. Es ist ein Induktionsfeld, das über eine Powerflexzone verfügt, auf der ich entweder ganz klassisch auf vier Kochfällen arbeiten kann oder über eine gesamte Breterzone arbeiten kann. Wenn ich das Gerät einschalte und ich das Kochfeld starte, wird eine Funkverbindung eine Verbindung zu der Dunsthaube geschaffen. Und die Dunsthaube passt sich in ihrer Leistung an. Das Ganze lässt sich sehr leicht händeln zum Reinigen. Es ist hier ein Fettfilter drin, ein 10-lagiger Fettfilter, der eine extrem gute Filterwirkung hat. Kondenswasserähnliches wird hier unten aufgefangen. Wenn das noch nicht reichen sollte, befindet sich in der Haube noch mal eine Aufwandwanne, die die entsprechende Flüssigkeit sammelt. So. Das Ganze setzt sich wieder rein und es ist wieder betriebsbereit. Die Haube kann ich im Umluft- oder im Abluftbetrieb betreiben. Sie kann unter dem Sockel verarbeitet werden. Es können noch Schubladen in den Schrank eingesetzt werden, weil der ganze Haubenkörper nur 200 Millimeter hoch bzw. tief ist. Es kann vorne aus dem Sockel raus, es kann hinten aus dem Sockel raus, rechts oder links. Anbaubar. 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 Vielen Dank.